Liebe Schwestern und Brüder, Reich Gottes, das ist ein Begriff, der ganze Generationen, ganze Jahrhunderte elektrisiert hat. Solche, die meinten, man könne es herbeizwingen, manche etwa im letzten Jahrhundert, man könne es herbeischreiben. Alles, was Jesus gesagt und getan hat, wurde sozusagen durch dieses Nadelöhr eingefädelt, Reich Gottes. Dabei mahnt uns gerade Jesus selber heute im Evangelium zu einer großen Vorsicht. Noch vor einigen Jahrzehnten hat es, was das Reich Gottes betrifft, große Verirrungen gegeben. Etwa, wenn ausgemachte Befreiungstheologen das Sowjetimperium kurz vor dem Zusammenbruch als das Reich Gottes auf Erden bezeichneten. Man kann das nachlesen, man glaubt es kaum. Auf der anderen Seite gab es immer wieder auch Theologen, die gesagt haben, das Reich Gottes, das ist die Kirche. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Wir müssen auf Jesus hören, was er heute sagt. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Es ist mitten unter euch, aber man kann es nicht an äußeren Zeichen erkennen. Das heißt, es ist verborgen unter uns. Aber wie und wo? Christus selber bringt und ist Reich Gottes. Und die ganze Verborgenheit der Sakramente ist nicht nur ein Hinweis auf Reich Gottes, sondern Wirklichkeit des Reiches Gottes. Liturgie ist sozusagen der Vorhof des Reiches Gottes. Das sehen wir heute nicht mehr oder wir wollen es oft nicht mehr sehen. Wir denken, das ist irgendetwas Elitäres, etwas Komisches. Und so weigern wir uns und werden auch unserer Aufgabe oft genug nicht gerecht, Menschen dort hineinzuziehen in dieses Leben, in diesen Vorhof, in die Liturgie, in das sakramentale Leben der Kirche. Weil wir denken, es gibt einen anderen Vorhof. Das ist aber gar kein Vorhof, sondern das ist das eigentliche Reich Gottes, nämlich wenn wir uns um den Frieden mühen, wenn wir für Gerechtigkeit sorgen und mehr Humanität. Wer wollte bestreiten, liebe Schwestern und Brüder, dass das gute Dinge sind, auch gut gemeinte Dinge sind? Das Problem ist nur, dass das Entscheidende oft hier fehlt. Weil wir dann in Konflikt kommen. Das Entscheidende ist Gott, ist Jesus Christus, wie der Name Reich Gottes schon sagt und der, der es bringt, Jesus Christus. Da kann kein Weg dran vorbeiführen. Wir mogeln uns um diesen Konflikt herum und sagen, naja, wir bereiten schon mal dem Reich Gottes den Boden. Wie viele Ideologien, auch der jüngeren Vergangenheit, sind unter dieser Überschrift angetreten? Wir sagen dann, die Welt besser zu machen, die Welt gerechter zu machen, ohne Gott, endet im Fiasko, in einem einzigen Fiasko. Die Berge von Toten sind nicht zu zählen. Nein, Humanität ohne Gott ist keine Humanität, sondern Grausamkeit. Gerechtigkeit ohne Gott wird zur Katastrophe. Und Frieden ohne Gott führt mitten hinein in das nächste Gemetzel. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Es ist verborgen mitten unter euch. Es ist schon mitten unter euch, sagt Jesus. Und warum fügt er an, dass eine Zeit kommen wird, da wir uns offen nach einem Tag mit dem Menschensohn sehnen werden? Weil er von sich selber spricht. Also wir müssen für uns, liebe Schwestern und Brüder, alles tun, um in seine Nähe zu kommen, um in sein Reich hineingezogen zu werden. Der erste Schritt ist, uns von ihm ansprechen zu lassen, uns von ihm fordern zu lassen, uns ihm zu nähern, in der Verborgenheit seiner manchmal entstellten Kirche, in der Verborgenheit der sakramentalen Handlungen, um ihm nahe zu sein und von dort aus dann so zu leben, dass diese Welt so umgestaltet wird, wie er es an einem einzigen Tag, ja in einem einzigen Augenblick tun wird, wie der Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen leuchtet. Dann wird der Tag des Menschensohnes, das Reich Gottes, erscheinen. Dann wird der Tag des Menschensohnes, das Reich Gottes, erscheinen. Vielen Dank.